Und damit gelangen wir nun zum neunten Punkt der Tagesordnung. Und beim neunten Tagesordnungspunkt der gestrigen Nationalratsdebatte ging es um das Bundesgesetz, mit dem eine Mächtigung zur Verfügung über Bundesvermögen erteilt wird. Österreich wird Serbien mit 30 Nachtsichtferngläsern samt Zubehör zum Zweck der Grenzüberwachung unterstützen. Die Geräte wurden in den 1990er Jahren angeschafft und sind bereits vollständig abgeschrieben.